Sie sind da! Lucaner! Die Lucaner sind versessen darauf, uns auszurotten. Sie haben einen neuen Anführer, Marius. Er will das Blut von Céline. Wenn sie es einsetzen, wächst die Macht der Lucaner ins Unermessliche. Es hat noch nie einen Großeingriff der Lucaner gegeben. Sie hatten auch noch nie einen Marius. Hilf mir, sie zu beschützen. Sehe ich besorgt aus? Ihr müsst Richtung Norden. Dort findet ihr Antworten. Der Krieg ist euch hierher gefolgt. Marius. Wenn du sie weiterhin beschützen willst, musst du weitergehen, als es je ein Krieger deines Ansehens getan hat. Unmöglich. Suchst du jemanden? Jetzt fällt sie nichts mehr auf. Alles, was ich will, ist dein Blut. Komm und hol es dir. Céline hat von uns allen das reinste Blut. So rein bin ich nicht. So rein bin ich nicht. brid